Wir, also Jeldane und ich, wollen mit allen Mitteln versuchen in die Wirklichkeit einzutreten. Seit monatlicher Dauer, die Behörden davon zu erzeugen, dass wir zusammen gehören und dass die einzig logische Lösung war, uns eine betreute Wohnung zu teilen. Nun lag die Verantwortung bei uns. Ich bin weder der Ausmeister oder was? Nee, ich bin weder der Ausmeister noch Krankenpfleger noch sonst was. Ihr müsst hier alleine klarkommen. Aber ich werde ja ab und zu vorbeischauen. Orange! Nee, nur Orange! Hinter ganz Orange! 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 Du hast gesagt, du sollst nicht immer so viel fantasieren. Das ist nicht gut für deine Birne. Ihr seid jetzt hier zu Hause und ihr müsst beweisen, dass ihr hier wohnen könnt! Enthalt, was Maule liegt! Scheiße! Wir sind ein Teil des Alltags. Darum geht es schließlich im Leben. Aber wozu habt ihr denn eine Wohnung, wenn man bald auf die Straße gehen soll? Wenn ihr nicht bald aus dem Haus geht und normale Dinge macht, Leute trefft und anseht, was die so machen und ein Teil des Alltags fehlt, dann habt ihr bald keine Wohnung mehr. Viel Glück! Wir sind nicht supposed to be lovers Or friends like they'd have us believe We're not supposed to know each other Or friends like keinem